Hallo Franz, ich bin der Chantalla. Ich hab deine Anzeige da im Internet gesehen. Jacqueline, lass das bleiben! Ich bin 45, habe vier Kinder von fünf Männern und brauche dringend einen, der mir ein bisschen im Maushalt hilft. Am liebsten sitze ich vorm Fernseher und gucke mit ihm am Leben, weil das ist genauso wie bei mir zu Hause. Ja, wenn du vielleicht ein bisschen Interesse hast an einer gestandenen Frau, die keine Kinder mehr kriegen kann, weil sie hat ja schon genug, ist ja quasi fast schon wie hart. Wie viele Kinder hatte ich noch mal? Vier? Das ist ja schon fast wie Hartz-Acht, Mensch. Das ist, also, quasi ist das reichtum. Also, wenn du da mal so ein bisschen Interesse hast, könntest du dich ja vielleicht mal bei mir melden, ma? Du bist nämlich ein ganz lecker Schinkchen, das könnte ich ja wohl noch mal brauchen. Also, wenn du mich magst, dann mach doch noch mal so ein Video dazu. Ha, was meinst du? Ich glaub, wir sind das richtige Stream-Team. Lass es doch mal drauf ankommen. Tschüss, deine Chantalle. Enrico, Finger weg davon! was damit mir leid for. Herr Schöchner wird vor, Ja.